Es geht nicht gegen den Baum. Es geht nicht über das Meer und es geht nicht gegen den Baum. Hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich hier mal wieder rausgeverradelt mit meinem schönen neuen E-Bike heute. Ich habe die DJI R2S mit dabei und ich werde hier im Wald ein paar Aufnahmen machen mit dem Active Track System. Ich werde mir die Drohne folgen lassen und vielleicht auch ein bisschen voraus fliegen. Ich hoffe, das klappt ganz gut. Ich werde dazu die Folgenfunktion des Active Tracks benutzen. Damit klappt das besser als mit parallel fliegen, denn sie hat ja die seitlichen Sensoren nicht. Okay, dann werden wir jetzt gleich hier mal starten. Denk dran, wenn dir das Video gefällt, gib mir gerne einen Daumen nach oben, schreib einen kleinen Kommentar. Du kannst natürlich auch den Kanal abonnieren, falls du das nicht eh schon gemacht hast und die Glocke drücken. So, und dann wollen wir jetzt mal die R2S starten. Starten mal schnell. Tja. Tja. Das sieht aus wie meine fertige Brille aus. Und dann habe ich das aus. Jetzt verbaue ich den. Jetzt war erst, jetzt liegt es schon sauber. Es ist natürlich nicht so viel dickig jetzt. Jetzt liegt es gegen den Baum. Ich schieb mich übers Meer. Ich schieb mich gegen den Baum. Nach, nach, nach. Báser, la mejor du bist. Nach, nach. Nach, nach. Nach, nach. Báser, la mejor du bist. Dime si tu quieres mis horas. Porque ya tienes todas las tres de mi coras. Eta noche. Báser, loca. Eta noche. Será la primera de nuestra vida. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Báser, la mejor de tu vida. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Báser, la mejor de tu vida. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Báser, la mejor de tu vida. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Báser, la mejor de tu vida. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Eta noche. Eta noche. ein jahr anderthalb jahre bald im lockdown was heißt lockdown die maßnahmen wurden ja schon wieder gelockert im sommer jetzt hier in deutschland aber nichtsdestotrotz ist corona immer noch ein thema jetzt kommt ja die die delta variante einige befürchten eine vierte welle dann im herbst muss man abwarten das so kommt ja von mein leben und jetzt auch langsam wieder fahrt auf im wahrsten sinn des wortes ich hoffe dass ich dieses jahr noch auf die philippinen kann dort werde ich dann meine verlobte treffen und so gott will und alles klappt wenn wir dann auch dort heiraten und dann hole ich sie nach deutschland und dann werden wir natürlich auch zusammen blogs machen ja da könnt ihr schon gespannt drauf sein denke das wird dann auch sehenswert von der reise selbst auf die philippinen werde ich dann natürlich auch berichten ja lasst euch überraschen ja hier durch die durch die baumalle jetzt durch ja hier entlang das kriegst du doch gut hin kann man echt nichts gegen sagen ich könnte jetzt sogar mal hier rein fahren das wäre natürlich gewagt macht machen wir jetzt einfach mal jetzt gehen wir mal rückwärts genau dieselbe strecke jetzt schön rückwärts funktioniert so weit funktioniert das gut ja okay und dann ist das schon das ende dieses kleinen netten videos hier von mir mit der r2s und dem active track system mit der folgen funktion ich hoffe dass es dir gefallen hat falls ja weißt du ja bescheid dass mir einen daumen nach oben da schreibt einen schönen kleinen kommentar abonnieren die glocke drücken du kennst das ja alles schon ja und dann wünsche ich dir auf jeden fall dass du gesund bleiben mögst habt viel spaß unternehmen was schönes so wie ich hier heute mit der r2s und den anderen kameras und meinem e-bike bei den windrädern draußen ja und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten video also dann sage ich wie immer mach's gut und bis bald dein matthias bis bald